herzlich willkommen hier bei clash go und wir sind wieder beim tipps und tricks ausbau guide für rathaus level 10 und auch hier wollen wir anschauen was hat sich geändert gegenüber rathaus level 9 es ist auf jeden fall ein haufen zeug und wir haben richtig viel zu tun neue verteidigung neue helden level neue forschungs level und 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 ihr seht sie mauern haben schon wieder eine andere farbe das wird uns wieder einiges an zeit kosten jetzt wollen wir mal reingehen und mal gucken was sich erst mal so geändert hat ich bedanke mich jetzt schon mal für die ganzen abos für die ganzen likes das ist ein traum von euch bis gleich wie immer wollen wir uns jetzt natürlich erst mal anschauen wie das hier so ist was sich geändert hat von rathaus 9 auf rathaus 10 anfang mit den ressourcen gebäuden die elixiersammler gehen endlich max und wir bekommen noch einen weiteren hinzu dasselbe bei den goldminen bei den lagern passiert erstmal gar nichts die dunklen bohrer gehen auf level 7 hoch und bekommen den dritten endlich hinzu das dunkle elixier lager bleibt da wo es war die kaserne darf ein level ausgebaut werden das heißt neue truppe neuer spaß armeelager auch auf level 8 das heißt wir haben noch mehr truppe mit denen wir fighten können und das labor das labor geht natürlich ein level hoch das heißt wir haben hier wieder richtig viel zu forschen das kann ich euch jetzt schon versprechen die zauberfabrik auf level 5 das heißt wir bekommen einen neuen zauber die klanburg auf level 6 das heißt mehr unterstützung von den klaren kameraden die dunkle kaserne geht auch ein level hoch das heißt eine neue dunkle truppe der könig alter ist klar die zauberfabrik ein level hoch das heißt auch ein dunkler neuer zauber ist dann hier mit am start die königin ist dabei und jetzt mal gucken was wir alles hier so bei den verteidigungen zu bauen haben kanone auf level 13 und noch eine weitere das heißt wir haben ja schon bei den kanonen richtig viel zu tun aber die bogey dörme auch und diesmal haben sieben stück auf level 13 das ist der hammer mauern 275 stück auf level 11 es wird immer schwerer die mauern max zu halten aber ich sag's euch haltet sie max ansonsten werdet ihr keinen spaß haben farmen 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 auf jeden fall mit baby drachen und einer weiteren truppe die wir erst am ende von dieser vorstellung hier kennenlernen der minenwerfer geht auf level 8 vier stück bleiben es auch bei den luftabwehren sind wir hier auf level 8 das heißt die lavaloon falls die wenn immer schwerer magiertürme auf level 9 das heißt gleich zwei level gehen wir hier hoch der tesla auf level 8 der luftfeger geht hoch auf level 6 der bombenturm verdoppelt sich und wird auch noch auf level 4 erhöhte sehr schön die x-bögen werden auch um ein erhöht und auf level 4 das ist natürlich mega nice und was ist das eine zweite seite wir bekommen den inferno tom dazu multi inferno single inferno wie er es wohl zwei stück bis auf level 3 das heißt der queen walk wird definitiv kompliziert und viel viel schwieriger die fallen haben wir auch wieder ein paar kleine änderungen die bombe geht hoch auf level 7 die sprungfalle wird endlich level 5 die luft bombe kommt eine weitere hinzu bei der riesen bombe dasselbe spiel und ein neues level kommt rein das level nummer vier die luftmine kommt jetzt in fünffacher form und in level 3 zustande das heißt noch mehr gegen queen war gegen queen charges gegen die ganzen loons und blimps die hier rumfliegen die skelettfalle geht auf level 4 und wir haben drei stück davon bei den truppen da kommt der barbar ins spiel mit level 7 der bogie auch mit level 7 der riese auch auf level 7 der kobold jetzt auf level 7 der mauerbrecher endlich level 6 die endlich hat ein fass in der hand und nicht mehr die kleine bombe der ballon geht bleibt erstmal da wo es der mage geht hoch auf level 7 der heiler bleibt oder die heilerin bleibt auch da wo sie war der drache geht hoch auf level 5 der pk auf level 6 sogar der baby drache von level 2 auf level 4 das ist wunderschön und hier ist die neue truppe der mina ist am start die dunklen truppen werden wie folgt erhöht der minion geht auf level 6 der schweinreiter auch auf level 6 das ist geil queen war cox sensationell auf rathaus szenen die valkyrie gehen auf level 5 golems auch auf level 5 die hexen auf level 3 das heißt which spam ist definitiv immer noch incoming der lava und auf level 3 lava loon ihr wisst ist das geilste was es gibt in clash of clans und die neue truppe ist der bowler das ist eine geile nummer der bowler der bei uns einfach alles weg daran werdet ihr definitiv die zauber gehen wie folgt die blitz zauber gehen auf sieben die heil zauber gehen auf sieben der wut bleibt wie er ist er ist ja so gut wie max der sprung zauber level 3 frost zauber gleich drei stufen gegen die inferno turme die brauchen wir auch definitiv und wir bekommen den klon zauber mit dazu da haben wir richtig spaß dran das kann ich euch sagen da kann man so viel machen mit dem klon zauber bei den dunklen zaubern geht der gift auf level 4 die erdbeben zauber auch auf level 4 der eilzauber hoch auf level 4 also definitiv schön für unseren lalo part der skelett zauber geht auf level 3 für die ganzen single in fernos die jetzt hier rumstehen und wir bekommen fledermaus zauber damit kann man definitiv eine richtige menge anfangen bei den helden verhält sich das wie folgt der king von 30 auf level 40 und natürlich auch die queen von 30 auf level 40 das waren jetzt erstmal so die neuerungen von 9 auf 10 jetzt gucken wir uns mal an was wir so als erstes und als zweites ausbauen wollen was wollen wir hier als erstes aufbauen auf rathaus level 10 natürlich haben unsere helden priorität die wollen wir so schnell wie möglich wenn sie schon auf level 30 sind auf level 40 bringen aber erstmal bei den gebäuden schauen natürlich die klanburg die zauberfabrik und das labor das ist das erste was wir upgraden sollten und dann müssen wir hier definitiv viel viel wert auf unsere forschung legen als erstes erforschen wir das was wir benötigen um zu farmen baby drachen sneaky goblins sind auch geil habe ich ja gerade schon erwähnt müsst ihr mal testen wie gesagt schaut im farming video rein wie das ganze funktioniert das wären so die ersten forschungen das farmen muss erstmal beschleunigt werden und danach kümmert ihr euch um eure cw truppen aber genug des forschens ihr müsst selber entscheiden was ihr dann als erstes forschen wollen welche truppen das so sind nachdem ihr quasi die klanburg die zauberfabrik und das labor geupgradet habt und eure helden am dauer schlafen sind weil ihr farmt wie die weltmeister werdet ihr erstmal eure vorhandenen fallen ausbauen und die neuen fallen hinzusetzen danach natürlich noch in die armeelager mit rein hier das ist alles cw basiert das heißt ihr wollt natürlich erstmal so ausbauen dass ihr nicht sehr weit hoch gerankt gestuft werdet ihr wollt natürlich eurem clan das beste tun deswegen baut ihr die ganzen großen einheiten etwas später wie gesagt wenn ihr jetzt die armeelager gebaut hat dann kommen die dunklen dort dunklen bohrer die minen die sammler müsst ihr natürlich auch alle nachziehen dann können die kasernen gemacht werden die können ihr natürlich auch ein bisschen eher machen falls ihr eine der neuen truppen auswählen oder ausnutzen wollt den mina das wäre natürlich auch ein traum müsst ihr aber nicht machen unbedingt dann die inferno türme auf 1 nur auf 1 nicht weiter ausbauen die kommen dann ganz 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 zum schluss dann kommen natürlich wieder die ganzen luft abwehren luftfäger die ganzen fallen werden auf max gemacht dann kommen langsam die neuen verteidigung aus dem shop also bogeyturm und 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 was alles so neu dazugekommen ist danach werden erst die tesseln ausgebaut dann die bogeytürme die magiertürme entschuldigung dann die bogeytürme und dann der ganze rest inklusive der infernos auf max das heißt wie auch schon bei den kleineren rathaus stufen müssen wir die klanburg die zauberbrück das labor machen das sind die wichtigsten gebäude am anfang die müssen so schnell wie möglich hochgezogen werden armeelager um mehr truppen zu haben wie gesagt dann die bohrer die mina die sammler die kasernen inferno turm auf 1 dann alles was gegen luft ist die fallen und dann alle verteidigungen nach und nach und nach und dann zum schluss ganz zum schluss erst die inferno turm auf max spring das ist ganz wichtig von der zeit her werden eure helden hier diesmal nicht so viel zeit in anspruch nehmen da ist nur 20 level sind nicht wie bei dem rathaus davor da sind es ja 50 level also da werdet ihr relativ schnell durch sein deswegen werden euch wahrscheinlich wie soll es auch anders sein die forschungen und die mauern am längsten aufhalten auch hier wieder mein tipp baut die mauern auf max komplett auf so wie es hier sieht bei merlin das ist einfach besser für euch mindestens doch auf rathaus sei schon auf level 10 sollten die mauern sein damit ihr wirklich dann auf rathaus 11 weiter kommt aber am besten ist wenn ihr alle auf max habt das wäre schön queen walk ist natürlich das geilste was sie hier machen könnt oder natürlich den rich spam aber spam ist immer nicht gerne gesehen aber solange er trippelt ist das vollkommen wurscht das kann ich euch sagen aber übt den queen walk jetzt könnt ihr richtig üben rathaus 9 ist um die queen kennenzulernen rathaus 10 ist um die queen dahin zu fanden wo ihr sie hin haben wollt auch gegen die inferno turma ihr seht single inferno multi inferno das kann richtig heavy werden aber ich bin mir sicher das bekommt ihr auf jeden fall hin was gibt es noch zu sagen ich glaube viel mehr gibt es nicht zu sagen rathaus 10 ist noch relativ einfach ich wünsche euch auf jeden fall schon mal viel spaß bedanken mich fürs zuschauen für die ganzen abos für die ganzen likes und kann einfach nur noch sagen wir sehen uns dann im nächsten video bis dann schon passiert schon passiert ну Untertitelung des ZDF, 2020